Was verschafft mir das Vergnügen? Einen Moment. Ich brauche meinen Umhang, bevor wir in das Licht treten. Viel besser. Trotz des strengen Geruchs. Folgt mir! Ich zeige euch, wie man Spiegelfragmente findet. Dieses widerwärtige Licht ist nur dazu gut, die Fragmente leichter zu finden. Hier ist eins. In der Asche vergraben. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Wie geht's euch so? Ist schon alles ein bisschen komisch, oder? Gewehr中. Herr, ihr ist noch nicht bereit. Leid dich ab. Ich kann diesen Gegenstand nicht senken lassen. Ist noch nicht bereit. Das war's für heute. Ja, aber ich hasse Blimmer, wenn ich mich hier so höre. Für das ungeübte Auge sehen alle Spiegel scherben gleich aus. Aber ich kann schon am Glitzern den Ursprung erkennen. Spiegel funktionieren wie magische Netzwerke. Man kann zwischen ihnen reisen, solange sie aus dem gleichen Glas gemacht sind. Da vorne ist noch eine. Die Fragmente sollte man aufbewahren, denn mit ihnen kann man fast jeden Spiegel reparieren. Man kann sich nicht immer sicher sein, wohin der Spiegel führt. Aber überall ist es besser als hier. Da drüben! Wird ihr es auch sehen? Gut gemacht! Ihr habt ein Auge hierfür. Bald sind wir hier raus und dann... Simone! Was warnt sie hier draußen? Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Lust auf einen Plausch? Na dann los! Wir sehen uns! Ich... Grüße. Man sieht sich. Hallo. Sollts noch lauter. Ja. Oh, ich liebe es. Immer ein Vergnügen. Lebt immer noch auf. Gebt immer noch auf. Ich dachte nicht, ich wollte es. Aber ich bereits glüchern. Aber was ich? Recently, nichttibe ich. Alles. Ah, richtig. Kiefer, ich grüß dich. Ich grüß dich. Das ist mir. Das ist mir nett. Habt ihr schon? Achso, habt ihr ja? Das ist mir bloß abonniert. Ich teste es gerade. Ich muss hier rein. Ich muss hier rein. Hallo. Ich muss hier rein. Ich muss hier reinigen. Ich muss hier reinigen. Ich muss hier reinigen. Ich habe nicht schrecklich. Es ist mir schön reinig zu schümpfen. Ich habe kein Ziel. Da muss ich mal schauen. Ja, einen Entblicks habe ich auch. Meine Entblicks kann es nicht wahr sein. Ich kann mich leider nicht ganz nicht wahr sein. Welche Sünde sollen wir zuerst töten? Schade. Sollen wir anfangen? Geht es eigentlich mit der Heiligkeit? Ich habe nämlich keine Ahnung, das ist wirklich. Achtung. Es ist aber so kinda ein Tropfen. Das ist eine große Herausforderung. Das war's für heute. Oh mein Gott... Der Hund hat dem Tod nichts zu bieten. Ich kann diesen Umstand noch nicht benutzen. Oh, gut. Ich kann diesen Umstand noch nicht benutzen. Ich hab dir heute noch genutzt. Ich schau dir immer zu Weihnachten einmal durch. Ich hab dir heute noch genutzt. Ich hab dir heute noch genutzt. Ich hab dir heute noch genutzt. Ich habe auch noch genutzt. Das war's für heute. 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 Wir werdet. Das war's für heute. 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 Das war's. Ich habe... Es ist... Ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich... 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 Ich...